So, wir sind mit Neity unterwegs zum Umdenberchturm. Ich weiß nicht, wie weit das noch ist, aber eine schöne Strecke. 22 Grad. Der Sommer ist überraschend hereingebrochen, sagen wir so. Sind wir auch schon gleich da, denke ich mal. Gut, den lassen wir noch durch. Und dann geht's weiter. Diese Späßchen hier, die mag ich am liebsten. Diese kleinen, verwinkelten. Die sind toll. Und die Aussicht hier. Wahnsinn. Leute, die hier wohnen und noch nie in so einer platten Gegend waren wie bei uns zum Beispiel, die müssen sich echt blöd vorkommen da. Das ist für die wahrscheinlich gar keine Landschaft. Einfach nur so ein glatter Teppich. Mit Graden und Kreisverkehren. V4 hängt heute wieder bissig am Gas. Oh, Trecker. Gucken, ich seh noch keinen Turm. Ne? Moin ihr Mukus! Alles gut! Weitermachen! viel zu viele, davon mal ab keine Hörner Ah, der will abbiegen, das ist gut oder der ist sonst vorbei Ne, er will abbiegen Guck, noch was Großes Das ist schön hier Und schön zu fahren, die Straßen sind gut Muss man sich ja richtig ranhalten hier Junge, Junge Wo sind wir jetzt? Dannenberg Wow, da kann man weit gucken Toll Da hinten ist der Turm, ich sehe, rechte Hand Da Da, geradeaus jetzt Da, geradeaus jetzt Ja, jetzt kommt mir die Strecke wieder. Oh, die sind tot, die Bäume. Borkenkäfer. Eindeutig Borkenkäfer. Die müssen weg. Guckt euch das an hier. Tierriff. Jetzt müssten wir irgendwie rechts hoch in den Wald fahren, glaube ich gleich. Ja, siehst du? Genau. Ops, geht jetzt ein bisschen ins Gelände. Dann sind wir auch schon da. Ja. Ja. Tolle Strecke hier oben. Gefällt mir. Ja. 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 Ja.